Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu der Prüfung Deutsch-Test für Zuwanderer. Im heutigen Video geht es um die Bildbeschreibung. Wir schauen uns zwei Fotos an, wir beschreiben sie und erzählen über unsere Erfahrungen mit dem Thema der Bilder. Unser Thema heute ist Freizeit und Familie. Wir fangen mit der Bildbeschreibung an. Da haben wir unser erstes Foto. Auf dem Bild sehe ich einen Mann, eine Frau, einen Jungen und ein Mädchen. Das kann eine Familie sein. Auf dem Bild sehe ich einen Mann, eine Frau, einen Jungen und ein Mädchen. Das kann eine Familie sein. Der Mann hat kurze braune Haare und einen kurzen Vollbart. Er trägt ein rosa Hemd, eine blaue kurze Hose und schwarze Schuhe. Der Mann hat kurze braune Haare und einen kurzen Vollbart. Er trägt ein rosa Hemd, eine blaue kurze Hose und schwarze Schuhe. Die Frau hat lange braune Haare. Sie trägt ein weißes Kleid mit Blumen drauf, eine Smartwatch, einen Eherring und Sommerschuhe. Der Junge hat kurze braune Haare. Der Junge hat kurze braune Haare. Er trägt ein weißes Hemd mit Flamingos und Palmen drauf, eine Armbanduhr und eine blaue kurze Hose. Der Junge hat kurze braune Haare. Der Junge hat kurze braune Haare. Es trägt ein Kleid mit Blumen und Sandalen. Das Mädchen hat schwarze Haare. Es trägt ein Kleid mit Blumen und Sandalen. Die Familie sitzt auf einem Baumstamm und lächelt. Es ist warm, denn die Personen tragen Sommerkleidung. Die Familie sitzt auf einem Baumstamm und lächelt. Es ist warm, denn die Personen tragen Sommerkleidung. Da haben wir unser zweites Foto. Auf dem Bild sehe ich eine junge Frau, die im Park spazieren geht. Auf dem Bild sehe ich eine junge Frau, die im Park spazieren geht. Sie hat lange blonde Haare und trägt Ohrringe, Airpods, einen karierten Schal, ein blaues Jeanshemd, eine gestreifte Hose und weiße Schuhe. An der rechten Schulter hängen zwei Taschen. Sie hält ein Handy in den Händen und tippt darauf. Vielleicht schreibt sie eine Nachricht oder wahrscheinlich sucht sie Musik. Sie hält ein Handy in den Händen und tippt drauf. Rechts und links sehe ich viele Bäume. Außerdem ist viel Laub auf dem Boden. Es kann Herbst sein. Rechts und links sehe ich viele Bäume. Außerdem ist viel Laub auf dem Boden. Es kann Herbst sein. Im Hintergrund sehe ich Sitzbänke und Mülleimer. Im Hintergrund sehe ich Sitzbänke und Mülleimer. Ich glaube die Frau macht einen Spaziergang im Park allein. Ich glaube die Frau macht einen Spaziergang im Park allein. Wir können uns jetzt eine eventuelle Frage zu diesem Thema anschauen. Wie verbringen Sie Ihre Freizeit am liebsten allein oder mit der Familie? Da kann man sagen Ich verbringe meine Freizeit am liebsten mit der Familie. Wir gehen spazieren oder ins Schwimmbad. Manchmal sehen wir uns einen Film zusammen an. Ich verbringe meine Freizeit am liebsten mit der Familie. Wir gehen spazieren oder ins Schwimmbad. Manchmal sehen wir uns einen Film zusammen an. Ab und zu will ich allein sein. Da gehe ich allein spazieren oder ich treffe mich mit Freunden. Am liebsten gehe ich mit Freunden ins Kino oder ins Restaurant. Das war es für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich dritte dich vor. Mach giornate. Wir wollen auch schlafen. Hier, wo wir ist keineelectricität,